Glück auf und mal wieder hallo bei Super... Nein, fuck. Anderer Modus. The Binding of Isaac, nicht Super Mario. Habe ich gerade gespielt, beziehungsweise bearbeitet. Ja, ähm, Challenges. Challenge 6 ist dran, Solarsystem. Erstmal verwirrt hier anfangen. Ja, äh, oh. Rumgeported, Curse of the Maze. Ja, wir spielen, glaube ich, Isaac. Und Isaac, der kann diesmal nicht schießen. Der hat nämlich eine Augenbinde um. Der kann nicht heulen. Und deswegen sind wir komplett auf unsere Fliegen angewiesen. Und mit diesen starten wir auch. Also wir haben den, äh, Halo Fly. Oder die, hm? Halo of Flies. Diese beiden Pretty Flies. Dann haben wir die Forever Alone Fliege. Das ist die blaue und dann noch die Naka Fliege, wo ich den Namen immer vergesse. Und außerdem noch Transzendenz. Dadurch können wir fliegen. Aber ich glaube, wir könnten eh fliegen. Weil wir drei, äh, Fliegen-Items haben. Damit wären wir zum Lord of the Flies. Und alle, äh, Kleinfliegen werden damit zu Verbündeten. Die wären dann zu diesem blauen, äh, Angrifffliegen. Die man ja so kennt. Damit würde sich im Prinzip, äh, Duke of Flies selbst töten. Ragedown. Interessiert mich den Scheiß. Es gibt, wie immer, keine Goldräume und... Äh, ich glaube, die rote Fliege ist stärker als die blaue. Deswegen ist sie rot. Ah. Setz da mal eine Bombe hin. Äh. Ich habe schon ein bisschen, äh, mal reingeguckt in die Challenge hier. Auf meinen anderen Spielstand. Ist ganz schön hart. Ist ganz schön hart. Ist ganz schön hart der Tobak. Dadurch, dass du ja hier keine Dings hast. Keine Tränen. Bist du hier auf Fliegen angewiesen? Oder du kriegst mal ein blödes Rungeporte. Oder du kriegst hier... Äh. Äh, ihr wisst schon. So, Babys an der Hand gedrückt. Womit du denn schießen kannst. Oder hier ein Meat Cube. Also einen abgalübtischen Reiter als Boss zu bekommen, wäre jetzt ein Vorteil. Weil so statusverändernde, äh, Items, die bringen mir nichts. Aber, genau. Direkt. Ja, dadurch, dass... Ja, hier, die ganzen Fliegen wären freundlich. Und folgen mir. Sind meine neuen Vasallen. Äh, wo könnte hier jetzt der Geheimraum sein? Ganz toll. Naja, Larsen wartet in dieser Ebene mit dem Geheimraum. Ich hoffe mal auf einen apokalyptischen Reiter. Nein, das ist nur ein Monstro. Dann hoffe ich auf ein, äh, Teufelsraum. Und ein Glück ist es, der schwarze Monstro. Der, der macht keine Superjumps. Der hat zwar mehr Leben, aber die rote Fliege macht ordentlich Schaden. Und, äh, Herzcontainer sind auch. Sind auch eine gute Sache. Herzcontainer und so, äh, Companions. Die sind gut. Lohnt sich das, da reinzugehen? Ich nehm halben Schaden. Außer da ist ein Gegner drin. Der Gegner nimmt nämlich mehr Schaden. Weil meine rote Fliege nicht da ist, wo sie sein soll. Ah, ich hieb eine Bombe. Ein Schaden. Da setz ich doch mal eine Bombe hin. Und da ist eine Truhe. Mit drei Bomben drin. Finde ich gut. Räuchte nur Geld für den Shop. Was geil wäre, wäre die blaue Kerze jetzt. Die blaue Kerze wäre sowas von geil. Ich weiß aber nicht, ob man die freispielen muss. Hätte ich mich ja mal schlau machen können. Hätte ich das mal bedacht vorher. Das hätte, das hätte ja, äh, ein Vorteil sein können. Die blaue Kerze. So. Stirb! Stirb! Schlüssel! Äh, Geheimraum? Da ist er auf jeden Fall nicht. Moment, der könnte aber auf der anderen Seite sein. Er könnte hier sein. Und er ist dort. Geld! Richtig gut. Direkt 15. Finde ich fantastisch. Können wir hier rein und... Bumerang! Oh, der... Oh, ich kann... Ich kann angreifen! Ich kann angreifen! Vorragendes Item! Haben wir den kurz versteinert? Also wegen dem Versteinerungsgeräusch? Ich weiß es nicht. Ja, der Bumerang lädt sich ja... Oh, scheiße. Dingel. Dingel, 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 dingel. Ja, wir versteinern ihn. Cool. Okay, aber das hat einen coolen Daumen, das versteinert. Oder kann ich ihn nur einmal versteinern? Ich weiß es nicht. Damage plus Range up! Wirkt sich das auch auf meinen Bumerang jetzt aus? Er ist... Ja. Ich wollte ihn eh mitnehmen. Ich habe kurz überlegt, ob ich es mache. Ah, eins an sich ist der ziemlich gut. An sich ist der ziemlich gut, der Kleine. Jo, Kleiner Mann! Ich freue mich, dass du dabei bist. Leider kannst du nicht schießen, aber du kannst mir Leben bringen. Curse of the Labyrinth. Und schaut weniger, ihr Penner. Ich weiß... Macht der Bumerang groß Schaden? Okay, der braucht zwei Treffer. Ist gut, dass ich angreifen kann. Gefällt mir. Bläh. Bläh. Blöde. Rote Fliege war nicht bereit. Bum. Ah, Schlüssel. Bumerang, lad dich schneller auf. Ich bräuchte noch eine Batterie. The Fool Ah, kann ich mitnehmen Na Wo hast du jetzt hingeschossen? Umrang Kann ich den eigentlich gezückt mit in den neuen Raum nehmen? Nee Ich kann aber Schaden machen auf die weiße Wegs Ich komme auf die weiße auch mal zum Schaden Okay, auf dem Rückweg machen sie keinen Schaden Er macht ja keinen Schaden Hier Mach mir ein Silberherz Dankeschön Ha Eine Batterie Wow Noch eine Batterie Wow Hoffentlich kriege ich noch genug Geld zusammen Für den Shop Wäre ein bisschen doof Wir haben schon einen Shop weniger Na, verdammt Na Blöde Kopf Lose Scheißding Okay, ich klicke die Kohle nicht mehr zusammen Für den Shop Ah, hier ist ein Bettler Ja Ah So Mal hier Halfdown Amnesia Board of Steel Bist mal Bescheid Yay Cust Äh Hi, mein Diggerchen Oh, dankeschön Geld hat er mir auch gebracht Ist nur die Frage Shop oder Bettler Ah, fuck Warum ist das Tier noch so groß Double Kill Mit einem Boomerang Cool Stop Die mit einem Boomerang Kehnen ist super Näh Ich bin nochmal Näh Draht die schneller auf Ich brauche eine Batterie Damit die schneller aufweht Ich habe gerade das Gefühl Ich habe das Gefühl Ich wurde rumgeportet Näh Näh Goldene Haufen Ich kann die nicht Näh Ich kann die nicht Näh Näh Das ist das ersehnte Geld Und ich kann es nicht Es geht nicht Obwohl Ey Boomerang, warum bist du gerade Zu kurz geflogen Du Kack Spinne Ey Nicht schräg fliegen Stop Die könnt ihr auch mal Geld geben Geld Ich brauche schon noch ein bisschen Kack Mit dem man vielleicht Was anfangen kann Wards of Seal Range up Gears up Gears up Brauche ich zwar nicht Aber Weil Wirkt sich ja eh nicht Auf mich aus Warum ist das hier noch so groß Achso Ne wegen hier Labyrinth Ganz vergessen Dass wir den Cross of the Labyrinth haben Könnt ihr ruhig noch Geld bei rausspringen Oh Ich hab da nur den Eingetroffen Eigentlich Wurden da jetzt alle Versteinert Versteinert es alle Tatsächlich Oh das Das ist ja Das ist ja schick Das ist ja schick Fuck you Ah noch zwei Münzen Hä Achso Geht's hier noch weiter Ich glaub hier ist Ende Hier ist Ende Gelände Ich natürlich Doof Mit den goldenen Haufen So ne Scheiße Alles feuer kann ich damit Ausmachen Es dauert nur ewig Ganz toll Ganz Großes Kino Find ich Fantastisch Äh Denn Machen wir Erstmal Waren wir da schon drin Ich Ja ich war da schon drin Kaum auf das halbe Herz Geschissen Da waren wir auch schon drin Natürlich waren wir da auch schon drin Das ist halt doof Wenn man keine Karte mehr hat Ach das war die Rage Down Da war Der Bettler Wo war der Shop Wo war der Shop Ist es reduziert Ah es sind nur Pillen Scheiß ich drauf Dann gehen wir zum Bettler Bettler Gib mir was schönes Ich spare das Ich spare die Kohle Für den nächsten Shop Das macht sich besser Äh Dark One Ich bin der Dark One Und jetzt bin ich versteinert Okay Die Blaue Fliege Macht eindeutig Mehr Schaden Äh Weniger Schaden Verdammt Umrangen Achja Zwei Bosse Gibt es ja hier Noch Pillen Pillen Walls of Steel Ist nett Für die nächste Ebene Speed Down Ist weniger nett Range Up Range Up Das nehme ich mit Behalte ich Du hast dich schon Selbst verletzt Na okay Schön wie er sich selbst verletzt Find ich gut Mist Meine rote Fliege war nicht Bereit Wow 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 sind hier viele kleine Fliegen Ihhh 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 Sind hier viele kleine Fliegen Okay Noch zwei Herzcontainer Ich hoffe Ich hoffe mal der Ne Ne Scheiße kann ich beides Nicht gebrauchen Das ist beides Nicht von Bedeutung Für mich Hätte er seinen Kopf Getroppt Hätte ich meinen Bumerang Wegschmeißen müssen Und der Bumerang Ist gerade Ich glaube Das wichtigste Was ich habe Ja Mit der Kohle Kann ich auch nichts anfangen Hab keine Tränen Äh Necropole Natürlich Sehr schön Markierte Steine suchen Wie immer Ah hier ist auch nochmal Ein großer Raum Ganz toll Bumerang Ist Leben Ja Die rote Fliege Ist einfach mal Viel viel stärker Ich hätte aber gern Eigentlich noch Ein apokalutischen Reiter Als Gegner Damit ich Ein Mithube Kriege Oder Einen Shop Gibt es die Fatfly Die wäre gut Diese fette Schutzfliege Die rosa Die wäre geil Oder ein Sacrifice Dagger Oh der wäre auch super Der wäre sogar am besten Einen Stopp 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 Fliegen war Da mal kurz rein Schade nimmst du sowieso. Gut, dass ich den töten konnte, bevor der... Ich hätte hier noch einen Boom-Rang. Nein, er hat mich getroffen. Nein. Da nicht. Gib mir ein Silberherz. Dank Glück habe ich den kleinen dabei. Aua. Na. Na. Bam. Funktioniert das überhaupt? Ja, wir schießen Tränen damit, aber... Das ist nur einmal im Raum einsetzbar. Damit dann halt nicht so flexibel. Letztendlich. Stirb. Das müsst ihr immer noch erleben. Ist denn scheiß Vieh einfach ausgewichen? Kann ja nicht wahr sein. Weicht das Ding einfach aus. Jetzt sind wir ja schon wieder beim Boss. Nö. Okay, die Viecher sind scheiße. Weil wir die ganze Zeit da rumhantieren müssen. Ah gut, dass die Masken denn gleich mitversteinern. Die sind verbunden. Auch im Statuseffekt. So. Den Scheiß sind wir los. Geheimraum könnten wir denn auch suchen. Hahaha. Das wisst. Äh. Nimm mal dich. Töten dich. Bah. Da ist nicht der Geheimraum. Wir finden... Einen Greed. Einen Greedigen Greed. So. Die erste Ladung hat er erstmal abbekommen. Warten wir. Und jetzt wieder. Tot ist er. Komm. Bam. Okay. Dann ist im nächsten Shop wahrscheinlich der Supergreed drin. Damit der mir den letzten Shop versaut. Kann ich mir gut vorstellen. Warum sollte ich denn auch irgendwas kaufen dürfen? Fressekackgeist. So. Umurang. Bereit. Oh, da muss ich aufpassen. Mist. Ich hätte den in der Mitte, äh, annehmen lassen können. Der hätte mir immer irgendwelche Verbündeten erzeugen können. Leider macht der auf dem Rückweg keinen Schaden. Das finde ich irgendwie sehr schade. Bäh. 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 Nicht mit der roten Fliege. Verdammt. Ich verfehle den. Aha, aha, aha. Aha. Oh, hallo. Boah. Rote Fliege. Save my life. Blaue Fliege. Ebenso. Mag ihr seid beide nicht auf Posten. Dammig. Du hast keinen Bock, mir irgendwas zu droppen. Ach ne, wir haben ja schon einen geheimen Raum. Ganz vergessen. Alter, da gibt es ja noch den großen. Den schwirren wir mal dahin. Oh, Klautermassen. Okay, die sind aber, mit Glück, irgendwie ganz cool für uns gesät. Mach mal dich jetzt platt. Das einsame Herz. Ein einfach Opfer ist. Nehmen wir erst mal die Bombe mit. Kann ich jetzt mal wieder deaktivieren. Ich könnte mal hier Balls of Steel benutzen. Wo habe ich jetzt das rote Herz her? Bombe... Will? Stirb. Bomberang gegen Knochen. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh. Hätte auch irgendwas gerne, was Blutspur erzeugt. Ah, schön. Was? Selbst das Messer funktioniert nicht? Ich habe mich gerade über das Messer gefreut und dann kriege ich nicht mal das blöde Messer. Kacke. Zwei Herzcontainer verbraten. Scheiße. Scheiße. Richtig, Scheiße. Okay, dafür kommt jetzt unser Dings mehr zum Tragen. Unser Teufelsbagger. Ist das scheiße. Messer sind keine Tränen. Scheiße. Der ist doch noch eher. Der ist super. Halt die Fresse. Stirb einfach. Stomp Attack. Ey, du hast mich erwischt, Penner. Mist. Fuck. Boah. Siebherz. Ein neues. Neuer Herzcontainer. Da drin waren wir. Da ist das blöde Messer gewesen. Ja, da kriegst du nix. Penner. Pennerraum. Richtiger Pennerraum war das. Wurde voll abgezogen. Eben nicht. Gehe ich da nicht rein. Ey, der Pumang ist Gold wert. Fresse. Hehehe. Bleh. Bleh. Ah, ich bleib hier stehen und warte, bis sie mir in meine Fliege rollen, oder wat? Rollenverteilung. Haaa. Hätte ich auch liegen lassen können. Hehehe. Willst du'n? Sterben. Ich verstehe. Kein Super Greed, aber ein Kompass. Ja. Ich hätte ja auf die fette Schutzfliege gehofft. Schade. Die fette Schutzfliege wäre Hammer gewesen. Oder das Item, was meine Fliegen vergrößert. Ihr lernt das nicht. Hm. Geheimraum. Ich hab da ein Gespür für. Leider hast du nicht neben dem Boss-Challenge-Raum. Bam. Die Death-Karte. Die Death-Karte. Leck mich. Setz dich doch gleich die Death-Karte ein. Hab keinen Bock. Oh, Mutti's Hände. Der Schaden war so unnötig. Mal wieder. Da. Oh Gott, der Raum ist kacke. Ne, öööööö. Bevor die umballern. Der hätte ich liegen lassen können. jo spotty nicht fliegen du erst recht nicht wie es aussieht aufpassen weil ich die bummerang mäßig töten eins nach anderen verfehlt muss richtig aufpassen dass du nicht in die entstehenden neuen köpfe rein fliegt spannend spannend hier ohne ohne tränen machst du nix wow bringt mir viel oder fliegt jetzt der wow das war perfekt getroffen eigentlich alles rotz alles komplett rotz wow nicht mal ein item drin gewesen ich weiß doch nicht wofür ich jetzt hier irgendwie großen items brauche die ich einsammeln kann ja einer ist tot der bummerang ist cool mit dem versteinungseffekt cool da hätten wir noch mal ein silberherz ne stirb stirb mit schmerzen mit qualvollen schmerzen ach tiefen zwei denn mich da das silberherz war kurz noch an mich weil wir kommen ja eh nicht mehr da raus aus dem boss kampf ja hallo mutter hallo mutter ok das nutzt zwar dann nutzt zwar den 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 bummerang um mutters fuß dann immer zu versteinern scheiße verfehlt und da drin war ja nur rotz nicht wahr rotz oh wieso hast du jetzt mir ein silberherz gegeben ich mecker nicht dankeschön weiter